Hast du ein Mund? Deine Malzsoße, Salat und Mayonnaise, unser frischten Salat, eine Scheibe Tomate, Serjan, ich liebe deine Tomaten. Oh Serjan, mach mal bitte einfach für mich Salatmalat, alles. Glückspilz, erster Test in Osnabrück. Wir treten ein, doch sind anscheinend nicht erwünscht. Geschockte Blicke sagen manchmal mehr als Worte. Verkauft wird das, aber um was Falsches wird geworden. Motto des Ladens heißt wohl freundlich sein. Doch was ich sah, war alles andere als Freundlichkeit. Und wieder mal ein Beweis dafür, dass Social Media einem nicht immer die Wahrheit zeigt. Und was ist bitte Steffi's geheime Soße? Ein Codewort, gepackte Patties in verweichte Brote? Das soll ein Smashburger sein? Schlichtweg falsch, alles Fake, alles Lügen, der ganze TikTok-Hype. Ihr hattet eure zweite Chance in Herford, diesmal konntet ihr punkten beim Service vor Ort. Doch weiterhin bleibt euer Fleischfaden ohne Geschmack, kein Lügen, alles Falsches Sagesfakt. Ich sprech das aus, was viele sich nicht trauen und spreng euren Burger-Traum. Touchdown!